Das wird lustig. Alter! Oh no! Ach du Scheisse... Gab's ja gerade einen Unfall? Ja. Ja, mich hat's erwischt, aber da einer reingesst. Mein Auto ist im Arsch. Fahr weiter. Ich kann glaube ich nicht mehr. Doch, ich kann noch fahren. So ein Volltrottel, Alter. Der ist so schräg rein und dann voll... Direkt reporten. Was hat der für eine Nummer? Der ist schon weg. Ja, war zu spät. Bei 34% Zugmaschine Schaden, 6% Anhänger. Das bringt mir null Geld mehr. Motorfehlfunktion. Mein Motor ist ausgegangen. Warte, muss ich wieder anmachen? Das passiert jetzt öfters. Also in Düsseldorf muss ich mal zum Mechaniker. Ich fahr hinter dem mit dem Bahnblinker an. Jetzt kann ich erstmal wieder fahren, bis es wieder ausgeht. Was hat er denn gemacht? Ist mir voll vorgefahren, mit Vollgas. Der hat keinen Anhänger. Und dann ist er voll abgebremst und nicht voll rein. Absichtlich, oder? Ja. Schön geflogen ist er. Dann ist er übelst in die Luft geflogen. Oh, ups. Ups. Ich hab vergessen, was auf der Taste der Mutter ausgeht. Ich hab heute auf David ein geiles, eine geile Nachricht bekommen, Alter. Bei uns einer aus der Web-IT, der bei uns entwickelt hat. Ist ja von uns von der Firma, letztes, letzten August oder so weg. Und jetzt ist er bei unserem ERP-Anbieter. Und das Chef kriegst kalte Kotzen, Alter. Äh, wer hinter mir fährt, Abstand halten. Das kann jederzeit sein, dass ich Motorfehlfunktionen hab. Wie jetzt. Aaaaaaah. Fuck. Dann bleib ich prompt stehen. Warnblink hab ich noch angehauen. Alter, die EUs sind übelst, die Kasse. Alter, das wird wieder richtig teuer. Dieser Wichser, ey. Ja, ist der jetzt vom Server geflogen? Weiß ich nicht. Der hat sich direkt abschleppen lassen. Du musst hier die Zahlen merken, die der hat. Und dann, äh, Ausrufezeichen oder Slash-Report und die Nummer. Dann kommt der Admin, guckt sich die Wiederholung an und dann... Adios, amigos. Ja, wir sind ja bald da. Denk ich doch. Ich hab auch Warnblinker an. So, Safety First und so. Im Konvoi fahren, Alter. Machen wir ja, also, mehr oder weniger. Rechts und links einer und dann einer vorne dran. Alter, der Eck ist halt voll der Rubberband manchmal. Musch übelst aufpassen. Was hab ich? Rubberband-Effekt. Wie ein Gummi, dass du nach vorne und nach hinten katapultiert wirst. Meistens sind das, weil der Client und der Server einfach nicht miteinander synchron sind. Okay. Wundert mich bei der Leitung. Liege ich an der Leitung. Auch am Server liegen. Mike, du musst weit vor uns sein. Ich seh dich überhaupt nicht mehr. Ah, die haben hier grad Geld abgebucht. Ja, Kredit. Kredit, ja. Sind wir überhaupt noch auf dem Weg nach Düsseldorf, weil... Ja, ja. Irgendwann müssen wir ja nach links, ne? Richtung steckend. Mein Marker... Ja, mein Marker führt mich ja nach links. Das kann ich mir nicht geben jetzt. Komisch. Ach du Scheiße, Alter. Holländisches Radio. Ne. 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 Ach so schlimm ist das nicht. Ich muss ein bisschen Deutsch mit Englisch mixen. Das passt schon. Ja, aber das ist auch kein Problem. Aber dem ist wohl keine lekalische Zuhörer, ey. Oh, die neue 107.7 Stuttgart. Und guck mal, wie das ist. Kommt erst ne Stadt? Ach, das ist Düsseldorf. Oder StarFM Berlin. Probier ich jetzt. StarFM ist geil. Das hör ich immer. Ja. Ich verstehe einfach nicht, warum die Leute so übertreiben mit dem Fahren. Ich kapier's nicht. Dann sollen sie GTA spielen, ey. Hey, hallen, hallen mal. Na, wobei. So, dann werde ich GTA zocken. Mike, schon in Düsseldorf? Ja. Dann guck mal direkt, ob du da einen Auftrag nach... Was war das? Hannover. 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 Ich fahr erst mal direkt zum Mechaniker. Besser ist das. Erst mal 20.000 Euro los wäre, ne? Ja. Also ich hab im Moment 97.000. Das wird wahrscheinlich gleich weg sein, ey. Groß ist die Welt und schön, es gibt zu viel zu sehen, viel zu entdecken mit Gaiu. Den hohen, danke. Meinster kleine Skinhead. Der Krebskranke. Geht's denn zum Mechaniker? Jetzt links, ne? Ja, ich guck einfach so ab. Oh, ne, ich bin falsch gefahren. Scheiße. Doch, ist doch richtig. Hier rechts. Ja, ich, ja. So, jetzt nächster Auftrag. Was, wohin? Hannover. Richtung Norden hoch irgendwo. Boah, Hamburg. Ja, auch nicht so verkehrt. Hamburg, Bremen. Hannover, Hannover. Oh, Reparatur kostet, fickt die Henne. 97.000. 58.068. Ja, dann, dann nehm ich... Das ist klar, Alter. Was sehen wir das nochmal, wenn ich pleite? Was sehen wir halt so? Ja, dann nehmt.